Ich habe mich für den Pharmakanten entschieden, weil das Besonder an dem Beruf einfach ist. Man stellt Arzneiformen her, die am Ende Patienten im Krankenhäuser appliziert werden und das Gewissen am Ende zu haben, dass Patienten das bekommen. Wunderbar. Mein Name ist Christoph, ich bin 22, mache meine Ausbildung zum Pharmakanten hier bei B. Bromasona AG und ich bin im zweiten Ausbildungsjahr. Wir bilden explizit für unseren Bereich, für unseren Standort aus und nehmen auch gerne alle Energie und alle Ideen von den Azubis mit auf in unser Unternehmen. Ich bin Lise Rüsholz, ich leite den technischen Service bei der B. Braun Melsungen AG hier am Standort Berlin. Am Standort haben wir 50 Auszubildende aktuell, die wir ausbilden als Pharmakanten, Chemielaboranten, Mechatroniker, Elektroniker, der Automatisierungstechnik. Besonders Spaß an der Ausbildung macht mir einfach das Praxisbezogene. Du lernst von verschiedenen Arzneiformen, von der Herstellung, wirst der Verpackung alles kennen und hast hier die Chance, es selber herzustellen. Warum ich den Betrieb B. Braun ausgewählt habe? Seit Tag 1 wirst du wertgeschätzt, nicht nur als Azubi, sondern auch direkt als Mitarbeiter. Du bist in der Chemie relativ gut bezahlt, du hast in der Ausbildung schon ein sehr, sehr gutes Gehalt und die Übernahmechancen sind sofort gegeben. Wir brauchen Teamplayer, wir brauchen einfach auch agile Teams, wir brauchen Flexibilität, die Spaß macht und wenn man mit Spaß dabei ist, dann geht auch die Entwicklung und dann geht auch alles Weitere. Wir sind hier in einem GMP-Umfeld, das heißt es gibt eine große Herausforderung auch für den Mitarbeiter und da sind wir sehr zufrieden und sehr glücklich, dass die Kollegen dann auch dieses Verständnis aus ihrer Ausbildung mitbringen. Dementsprechend haben wir immer ein großes Interesse daran, sie auch weiter zu entwickeln, damit sie eben aus der Ausbildung heraus dann auch ihren ganzen Lebensabschnitt auch bei der B. Braun AG weiterleben können. In der Zukunft habe ich vor, im Ansatz und der Einwaage hier bei B. Braun zu arbeiten. Das Herstellen von Arzneillösungen macht mir am meisten Spaß. Bewerben kann man sich vor allen Dingen online, da findet man auch alle Informationen, die man braucht und auch diverse Events, um dann auch das Unternehmen vielleicht im Vorfeld schon mal ein bisschen kennenzulernen.